Cheers, Freunde. Ich hab mich gefragt, ist Social Media peinlich? Geil, auch mal attraktiv sein. Dieses Glas ist zu 80% mit meiner eigenen Spucke gefüllt. Als nächstes würde ich gerne die Gelegenheit nutzen und euch meinen Weihnachtsbaum zeigen. Sag mal, wie geht's eigentlich Loris? Danach kam dann leider der Befehl und er musste die Katze erschießen. Auf die Tage. Dann würde ich jetzt mal ein paar TikToker einkaufen, die einem Brand-Account zu den 100.000 Followern gratulieren. Moin ihr Lieben, 100.000 Follower. Ist ja schon ganz gut für den Anfang. Nein, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Pockets, für den 100k. Diese Wünsche kamen von Herzen. Alter, ist das eigentlich eine Körperverletzung, wenn man jemanden anspuckt? Und an der Stelle würde ich sagen, wenn es mit TikTok genauso weitergeht, dann sind... Au, au, au.